Sir, wenn ich mir die Frage erlauben darf, wieso eine Kiste? Ihr Haus ist eine Kiste. Ihr Auto ist eine Kiste auf vier Rädern. Sie fahren in dieser Kiste zur Arbeit und nach Hause. Sie sitzen in Ihrem Haus und starren in die Flemmerkiste. Die zerfrisst Ihre Seele. Und die Kiste, die Ihr Körper ist, schwindet und weigerlich dahin. Dann stirbt sie. Um am Ende Ihren Platz in der finalen Kiste zu finden und dort zu verwiesen. Eine deprimierende Sichtweise auf unser Leben, Sir. So dürfen Sie es nicht sehen. Das menschliche Leben ist ein vorübergehender Zustand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017